Musik Ihr baut da einen Zaun. Welchen Zweck halten der eigentlich? Das hat vordergründig den Zweck, die Rehe abzuhalten. Aber in der Permakultur hat jedes Element mehrere Zwecke. Hier können Insekten drinnen leben. Es ist ein Totholz-Biotop. Gleichzeitig ist es ein Windschutz, dass etwas das Klima verändert in unserem Garten. Es hält die Westwinde, die hier vorherrschen, etwas ab. Hat der Zaun auch einen bestimmten Namen? Benieshecke nennt man die. Mir ist lieber Totholz-Biotop, weil man es einfach besser ausdrückt, um was es geht. Ja, danke gerne. Danke dir, Peter. Kommt bald wieder. Kommt bald wieder. Danke dir, Peter.